Moin liebe OV-User, die neue Webseite ist online www.oldenburg-volkzeit.de. Schon reingeschaut? Optimiert für Smartphone und Tablet präsentieren wir euch einen komplett neuen Auftritt. Zentrales Element und direkt auf der Startseite ist der OV-Newsfeed auf unserer neuen Webseite. Eure Timeline für den Landkreis Vechta. Alle Informationen, alle Nachrichten zusammengefasst auf einer Seite, übersichtlich und natürlich mobil optimiert für Smartphone und Tablet. Die Nachrichten der OV-Redaktion von unseren Reportern vor Ort und unser Videoangebot und natürlich auch die OV-RSS-Feeds von Kommunen und Gemeinden laufen dort ein. Einfach mal reinschauen und informiert sein auf dem OV-Newsfeed. Jetzt neu auf oldenburgische-volkzeitung.de.